so und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren folge von mir im discord channel ich habe meinen eigenen discord channel heute eröffnet wir haben hier vorstellung einmal den willkommen kanal den games download das heißt wenn ich games brauche ich gespielt habe ich das selber runter kopiert habe dann könnt ihr das gerne haben dann haben wir hier weil sie irgendwelche kanal kanal irgendwelche videos haben hier vorschlag dann haben wir die gerne da und hier ist natürlich der talk einfach so normaler talk wenn irgendwelche fragen habt oder ähnliches ich werde auf jeden fall hier auf jeden fall zu erreichen ich werde meinen diesen link werde ich hier bei mir in sunny game einfügen jedes mal in die beschreibung und sofort wenn irgendwelche fragen habt einfach direkt schreiben ja bis dann ciao und wir sehen uns in der folge so und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren folge ich bin wirklich mega froh wegen den 20 abonnenten wirklich happy ich freue mich natürlich auf jedes weitere abo und bitte lasst mir doch immer gerne ein like und damit und dann kommt jetzt bitte folge los bis dann und hat sich und herzlich willkommen Schick out of this! I sent it! Oh yeah! Can we have a barn? Gotta shake free. Shake out of that! Shake free! Oh, ich hab's verstanden. Shake free, gotta shake free. Gotta shake free, shake out of this. Shake free, gotta shake free. Gotta shake free, shake out of this. Shake free, gotta shake free. Shake free, gotta shake free. Shake free, gotta shake free. Come on out, secto. Your chumps are through. And you gots nowhere to run. Looks like I kill you myself. Bring it on. You will fail when your ancestor is laces, falling apart. Now, like your ancestors, you will die at my hands. You will die, and your head will be mine. You will die. The water is mine. You will die. Now, face your destruction. The water is mine. You will die. I'll die if I kill you. The water is mine. The tierra is mine. Okay, we'll die if you start. We'll be getting there to measure and choose. The water is mine. The water is mine. The fire is mine. The fire is mine. The fire is mine. The fire is mine. Das war's für heute. 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 Steve! 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 icki! Steve! Zine! Steve! Steve! Eric! Steve! Kazoo! Steve! Oh! Wo ist denn eigentlich ein Optimus? Jetzt hab ich noch ein Teil 2 gegeben. Oh! 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 wenn man es der bosszeit so schnell ging nintendo switch der volment bei der volment kann wunder dass es so scheiße ist wenn es nintendo switch gemacht hat hier zu stehen schutz hat nintendo switch das ist dieser joy-con drift der drückt ihn automatisch naja ok also wenn das video euch gefallen hat dann hast du noch gerne mal kommt und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten folge wenn es wieder nicht gefahren hat dann hast du gerne so und ich wollte euch auf jeden fall bitte mal sagen vergisst auf jeden fall nicht mein channel zu abonnieren oder auf jeden fall reinzukommen oder mal rein zu gucken mir ein paar video vorschläge zu geben oder nur den willkommen durchzulesen ich habe natürlich mein profil von von youtube natürlich angepinnt und natürlich auch mein willkommenskanal angepinnt den link könnt ihr auch ganz gerne teilen hier das ist der andere link oder dasselbe das könnt ihr ganz gerne teilen wie ihr möchtet das könnt ihr immer wieder gerne teilen mit den leuten gar kein thema vor allem wenn ihr video vorschläge habt und so weiter und so weiter und vergisst auf jeden fall nicht einzukommen ja bis dann